so wie man am wichtig titel schon sieht habe ich heute ein bisschen was besonderes vor ich hoffe mit dem ganzen saustall hier bei mir wird es auch einigermaßen funktionieren was wir versuchen wollen ist nämlich heute mal noch mal die geschichte mit dem risperi aufzugreifen mit dem vierer mit dem kleinen unterschied dass wir das heute nicht direkt versuchen die ganzen usb geräte hier anzustecken weil da wir letzten stromversorgung probleme sondern wir machen das ganze über ein port usb hat also glaube ich hier auch derzeit schon benutzer nur etwas kleiner der hat nur 13 17 was genau 13 23 456 7 8 9 10 ok dann halt doch 10 so den versorgen wird direkt mal mit spannung das kann dazu habe ich schon ausgeführt haben wir nämlich hier überall schön stromversorgung über einen vier ampere netzteil also 12 volt 4 ampere nicht 5 volt das sollten also bis zu 48 watt sehen so dass man jetzt mal hierhin so und jetzt müssen mal gucken also ich habe ich hier auf kamera fünf das hier ist wieder meine hdmi capture card das müsste das kabel hier sein mit dem können wir also diesen kleinen risperi pie starten der hängt hier am ausgang 1 da hat ja zwei ausgänge und genau so strom kommt dann gleich ein strom was wir aber noch brauchen ist für den risperi pie maus und tastatur und dann wollen wir mal gucken ob man das baby befeuern können so und das wie gesagt kommt alles über diesen usb hat das heißt muss tastatur stecke ich auch in den usb hat rein ungefähr so stecker und bei der maus wo ist die maus die maus ist hier und so eine billige maus für fünf euro einmal kurz auf weiß ich bei ebay glaube ich ebay amazon bei ebay bin ich ja gar nicht unterwegs müssen wir machen aber noch hatte ich noch nicht die muster zu so noch mehr kabellage hier da freut mich halt direkt so und jetzt müssen wir uns aber zu dem url von usb ihr habt den uplink zu dem risperi pie 4 nehmen da habe ich hier ein form schönes usb 3.0 usb auf usb stecker die kamera hat schon wieder schwierigkeiten zu fokussieren aber man dürfte sehen was ich gemeint habe stecker sind ja doch etwas bekannt so dann stecke ich nämlich stehen ausgang hier in die buchse nämlich eine usb buchse stecke ich da rein und die usb seite stecke ich hier in einem von den ports so jetzt haben wir schon schön dass du beck die weiß ich war natürlich nicht so die anderweit kommt natürlich eine respektive heimann ganz klar weil er hat ja zweimal usb 30 wenn ich mal den oberen ist jetzt schon eine katastrophe so erstmal hier kamen du kommst nach da hast du weniger so zumindest meine hoffnung so du so denn wir brauchen nämlich den zweiten usb 30 port für unser gut device da habe ich ja hier so eine ist mein gut device was war glaube ich auch schon mit dem letzten versuch genutzt hatten ich weiß nicht ob wir da noch von von fd karte gebootet haben oder ob das auch schon dieser ssd war aber glaube war auch schon die ssd so die maus ich kann nicht die kann man sich verstecken wir brauchen wir jetzt die maus für der respipal so am haus und tastatur hängt dran gut die weiß hängt dran display hängt dran alles andere kommt später oder weißt du was ich verbinde es doch schon das hier ist meine zweite hdmi capture karte die nun zwar nämlich für den heutigen testaufbau versuchen nämlich das video nicht direkt über software abzugreifen also nicht direkt von der grafikkarte sondern ich was ich heute versuchen werden ist dass wir zweimal hdmi ausgang benutzen das eine ist zum bildschirm also in meinem fall halt ob es also das ob es von dem haus rechner mit dem kart aufnehmen das andere ist nämlich denn das gemütte signal was der respipal dann über diese halbe capture karte aufnimmt in der hoffnung dass wir diese kleine karte die aufnahme macht also dieses abgreifende video signals das ganze etwas performanter läuft und mit viel glück erreichen wir so vielleicht die möglichkeit 720p aufnehmen zu können mit dem raspberry pi mit obs das wäre so mein heutiges ziel 720p mit mindestens ich sag mal 25 bildern pro sekunde 30 wäre schöner 60 wäre natürlich gold leader so sagen wir euch jetzt habe ich hier noch ein zweites hdmi auf micro dmi andersrum micro dmi auf hdmi kabel zum glück überhaupt keine große kabellage hier überhaupt nicht so das schließen wir auch mal direkt beziehungsweise schließe ich am besten erstmal an ich schließe ich bei der gleichzeit an ja doch nicht bei der gleichzeit an so denn wir müssen ja gucken dass wir dann in respipal nicht auf einmal und ob es kein blick bekommen weil das primäre signal auf der hdmi capture karte wieder landet so also respipal genau da haben wir jetzt bildschirmausgang und capture ausgang das kapitel ausgang geht über diese schleife hinten wieder zum respipal zurück über die capture karte das muss ich die capture karte aktivieren usb maus und tastatur oder alles rum so das heißt usb ist alles angeschalten dann sollte es jetzt in der theorie funzen dann fahren wir mal respipal hoch und ich schalte mal in obs auf den respipal ungefähr so hat strom hat er gerade schon befürchtet gehabt da kommt nix aber doch da kommt alles sehr geil sehr sehr und gut 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 so warten kontrolle nimmer release ok 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 please don't kill me so und da haben wir auch bild sehr geil und wir haben auch den primären bildschirm hier jetzt gucken wir ganz kurz an wie die konfiguration aussieht xvmr der eine hat full hd und der eine ist nicht angeschlossen wait what warum diese das connected dann ziehen wir mal den stecker raus und stecken ihn wieder rein warum erkennt er meine zweite den zweiten hdmi ausgang nicht ich setze an der capture karte dass ich die capture karte nicht mag oder was haben wir hier eigentlich video for linux drauf ja quick video for linux haben wir drauf der kann die kamera finden das heißt die capture karte funktioniert auf jeden fall der zeigt natürlich kein bild an und ist direkt abgestützt geil d message ok die message geht es nicht so war log system log da steht auch nicht so viel weltbewegend ist drinne mal schauen gut gucken wir erstmal kurz bei ls usb müsste er auftauchen weil video vor linux hat ihn ja gefunden müsste das hier sein wir machen mal kurzen t dann sehen wir nämlich auch die driver und darum genau dieses video das heißt erkannt wird er so war rum aber die man noch mal das wird doch immer so kurz schwarz wird so wir machen mal ein bisschen runter hier vielleicht versuchen wir mal einfach hier für 800 600 das klingt gut fahren wir ein bisschen runter einfach nur damit wir sehen ob es überhaupt funktioniert aha so hat das sogar bild ok aber jetzt ist natürlich nichts klar weil xvmr ihm ja kein signal gibt also der rest der reply so taucht er jetzt hier auf ah jetzt taucht er auf ok das heißt wir müssen das signal abgreifen damit überhaupt ein sich signal gibt das ist ja interessant das heißt wenn ich jetzt die aufnahme abbreche so ne ist immer noch connected sehr suspekt aha ok gut das heißt ähm dann gehen wir mal hoch auf äh wir wollen jetzt wird nämlich tricky also wir haben mal hier unseren haupt bild so und wir wollen was das hier machen auf die europa hintergrund bild wo ist denn mein wunderschönes bild ich hatte noch ein wunder wunderschönes bild bild ich weiß das ist natürlich nicht mehr wo aber irgendwo hatte ich es ne warte mal kurz ich hatte doch irgendwo dieses bild mit den auflösungsmarkierungen mhmhmhmhmhmhmh aber pictures okay so jetzt mal gucken hier das hier brauchen wir genau so die ganzen auflösungen das ist natürlich falsch weil das bild gestreckt ist wir brauchen dass das bild nicht gestreckt ist teil im besprochen wir so jetzt müsste man nämlich hier unten irgendwo die markierung kam genau hier unten hinter dem button wert 1080p und wir sind jetzt 27 p das heißt bei obs sollen wir genau dann später diese 27 p ausschnitt sehen das heißt jetzt folgendes wir müssen jetzt dafür sorgen und bei ex-wende mehr deswegen habe ich aber in dem erd drauf habe ich natürlich nicht auf internet haben wir dann so ab install also ich habe falsch geschrieben aber doch drauf so das heißt hdmi 2 ist auch schon in der komischen auflösung ist aber egal denn die passt sogar wir gucken noch mal ja 2080 ist das die aktive auflösung von der capture card kann eigentlich nicht sein eigentlich nimmt sie mit 1080p auf oder wollte ich mit 800x600 abgegriffen habe dass das eine komische zwischenauflösung hat egal so das ist der ausschnitt den wir aufnehmen wollen keine berechnung ist es was haben wir mal kommen gut dann machen wir es auch über ex-wende mehr das heißt wir brauchen ex-wende mehr output hdmi 2 ist das und das wollen wir auf der position 00 haben war das nicht so ach sakrileg arbeiten so war noch position oder nicht doch hier position ach ja ich habe ein strich vergessen ist ja doppelstrich das passt so das heißt jetzt müssen wir mit hdmi 2 hdmi 2 sehen so dann brauchen wir die native auflösung 30 fps reicht aus und abgestürzt läuft ja gut bei uns warum magst du es nicht okay 360p gibt sie gar nicht müssen wir noch mal das hier machen das sieht relativ bildlos aus erst mal audio aufschalten wurde sowieso keine so so aber in dem er ach ok die capture karte hat sich wieder zurückgesetzt warum das denn ah schon sehen wir hier auch aus ok das heißt dass dieses komische dicks was wir gesehen haben war die voll hintergrund bild von zweitem bildschirm ok also wir sehen etwas und wir sehen es sogar mit 30 fps ja das ist doch nicht schlecht jetzt war das schon mal geschafft dann kannst du schon mal weg da kommt jetzt der schwierigere part und zwar bs ja vielleicht wird der job jetzt manuell installiert kopiert das heißt wir müssen doch manuell starten oder auch nicht aber kurz haben wir das ordner wo hatten wir denn obs kopiert wir haben es im download ordner kopiert sind wir verrückt wo ok so So, achso, ok. Shift F macht er nicht. Sag mal, ich wollte mal kurz unsere Historie durchsuchen. So. Und genau, wir hatten es hier installiert. Und dann haben wir es dann direkt installiert. Aber warum findet ihr denn OBS nicht? Gut, gehen wir noch mal kurz in den Hauptordner. Machen wir noch mal dieses Mac install. Dann habe ich scheinbar irgendwann wieder rausgekantet. Oder hat sich selbst irgendwann rausgekantet? Oh, mach mal den ab. Sudo make install Okay, jetzt steht ich auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung mehr, was das Ding von mir möchte. Ähm, was zur Hölle ist das hier? Wo sind wir hier gerade? Das ist doch. Hei, 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 hei. Büsst das erstmal OBS echt. Komplett neu kopiert. Weil ich keine Ahnung mehr habe, wie das hier läuft. Dann ist natürlich dieser traurig. ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier was herausfinden sollen, hier ist OBS Studio, der Hauptordner, was ist hier drin, hier ist gar nichts drin, hier ist bloß ein cmc file und sonst nix Cool, wir führen hier einfach nochmal direkt CMC aus, das wird hier gar nichts Das war alles vom Mindtest Das ist Doom So und das müsste das Found Downloads, ich bin noch in OBS Studio drin Ok, gut, 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 nevermind, wir fangen mal komplett von vorne an So, OBS Studio Raspberry Pi, denn das wird hier gar nichts So, das ist genau, genau, was ist das Vortorio So, das ist erst mal das Anliegen vom Grundsystem, das sind die Installationen die man braucht Ah, wir müssen den Build Ordner, ok, ok, dann schauen wir mal rein, Build, hier haben wir auch die Makefile, ok, ok, gut, das macht dann schon mal in dem Moment Sinn Und dann haben wir irgendwann dieses Make-Install ausgeführt, aber warum ist OBS denn nicht mehr installiert? Na, ist mir noch da So, dann gucken wir nochmal Terminal Makej4 Wo kommt dieses Leerzeichen her, Leute? Was ist denn los mit euch? Ist das so im Arsch, oder was? So Da bin ich mal gespannt, ob das noch durchläuft Da bin ich mal gespannt, ob das schon läuft Ah, da, da, da Da, da, da Lötläuft nicht mehr durch Lötläuft nicht mehr durch Ha, 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 ha So, dann machen wir mal Warum kommt ihr hier mit den Includes durcheinander? Was ist denn hier los? Oh Oh Ach, Ende, das gibt es nicht mehr, na gut So OBS Studio Also Du mein Freund Kommt jetzt mal endgültig weg So Dann machen wir jetzt folgendes Du kommst nach da Achso, geht bei dem nicht Set it live So was hat Raspberry Pi OS nicht, dass er das dann auf die halbe Seite stinkt Das sind wir mal manuell gewissen zu machen So Ist er völlig mit löschen Jetzt auch noch nicht Löschen Schneller Geht doch So Ok 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 Ähm Dann machen wir auch noch mal die ganzen Vorbereitungen hier Einfach damit wir sicher selber mal alles drin haben Das hier ist alles Also hier wird noch mal 12 eingerichtet Aber Schwab sollten wir genug haben Genau haben wir 8 GB Das reicht locker Ähm Das hier können wir noch mal machen Mal schauen was da alles fehlt Ok Ein paar müssen nicht aktualisiert werden Dann schauen wir mal Lala VLC 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 wird aktualisiert Ok Ansonsten Jo Eigentlich bloß ein paar FFMPEG Sachen Und die hat so eine andere Sache Also das hier alles gehört alles mit der FFMPEG Interessant wird es erst ab hier Das sind ein paar Geschichten die tatsächlich tangieren können Und ansonsten alles danach bloß noch VLC Egal wir machen es mal trotzdem Das schön ist ja Jetzt haben wir wesentlich schnelleres Internet Das heißt auch das sollte wesentlich schneller gehen Gut der Respiri Peilschaft trotz nur 500 KB pro Sekunde Oh ne Jetzt hat das noch 2 MB Weil das auch nicht so viel mehr ist Aber die Schrift ein bisschen größer ist Ist ja hier doch ein bisschen sehr 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 klein die Schrift Ich meine gut kann das bei mir auch täuschen Weil ich das Ganze jetzt aus der Vorschau von OBS mache Warum eigentlich Ich könnte doch eigentlich bei OBS Könnte ich doch sagen Voll Schau Vollbild Projektor Bam So Jetzt sehe ich das auch in der vollen Größe Jetzt sieht das Ganze auch schon ein bisschen größer aus so Dann stammt ich mal wieder ein bisschen ein Ab nach da Und jetzt brauchen wir noch Ähm Was Genau Können wir weiter machen So Was ist das hier Debian Pool Nonfree Fdk Atc Ok 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 So und dann einmal beide installieren Ok ok Dann können wir jetzt das ganze nochmal machen mit dem von Sirs aber das machen wir nicht im Download Ordner Sondern das machen wir actually mal im Dokumenten Ordner Da wo es auch thematisch eher hingehört Eigentlich würde man es direkt im Homeverzeichnis irgendwann machen Machen wir am besten auch mal Da war ich doch Also nicht Also in unserem Homeverzeichnis nicht in dem Homeverzeichnis So Wir haben nämlich noch nichts mit OBS Das heißt hier können wir es ruhig machen So Ding und Ding und let's go Siehste Wir können nochmal by the way unser komisches GKLM anmachen Dann sehen wir auch gleich mal wie der Rechner mit den ganzen Sachen ausgelastet ist So So umschaltsteuerung plus sagt er umschaltsteuerung plus geht natürlich nicht oder mit das plus das geht auch nicht wie eh und je dieses umschaltsteuerung plus habe ich beim lx terminal noch nie hinbekommen und das hier ist glaube auch das lx terminal ja genau warum das mit dem umschaltsteuerung plus nicht funktioniert also weder das plus links neben der enter taste noch das plus beim beim namen pad funktionieren so es war schon fleißig am dingsten das war genau durch dieses ganze wie kursiv zeug dauert er auch die anderen sachen die hier noch so braucht was actually nicht so schlecht ist schön dort geschwindigkeit die jetzt quasi explodiert mit unserem glasfaseranschluss da haben wir ganz 130 kb pro sekunde läuft doch bei uns ja leider hat er keinen gesamtsfortschritt ne weil ich weiß jetzt nicht wie viele pakete er hat es insgesamt downloadet es können halt milliarder sind sein von daher so aber man merkt schon der hatte schon deutlich höhere download geschwindigkeiten wenn er große pakete mit einmal downloadet das geht schon also was jetzt natürlich der limitierende faktor ist ist natürlich einfach der respiropray selber also ich glaube mal viel höhere downloadgeschwindigkeiten erreicht mit dem sowieso nicht weil einfach die antenne auf dem motherboard sehr sehr klein ist von daher hat er kaum empfang vor allen der link dadurch dass er bei mir ja auch noch versuchen mal kurz hier also kurz wirst du was packt mich da hin und ich packe ich action leader damit ich beide mäuse gleichzeitig benutzen kann packe ich dich da so da liegt er hier und ist halt von der funklinie genau hinter dem bildschirm so guter das heißt er hat auch auf dem könnte nicht nur eine kleine antenne welcher soll ja weil der tände ist irgendwie ein dreiviertel in dreiviertel zentimeter lang oder so weil er hat hier auch noch der zusätzliche und auch hindernisse im weg von daher weiß ich gar nicht ob er ins allgemein nur so schlecht ist oder so schlecht ist oder hier so schlechten empfangen hat weil ich meine jeder fangt der fangspiel der anzeige relativ gut das weiß ich nicht ob das repräsentativ ist oder gut einfach nur ein symbol ist was immer angezeigt wird das wiesig halt nicht aber also hier wenn es wirklich die richtigen sind die hat er tatsächlich alle drei dinger drinnen und hat sogar 5 gigahertz das sollte also passen ja dafür vielleicht auch downloaden muss er holig ich glaube nachdem nachdem wir mit dem dollar fällig ist noch mal voll und pause sonst es geht das ganze ja ich glaube die nächste folge werden wir alleine brauchen um um das ganze ding zu zu kopilieren aber so viele pakete wie das sind dürfte das auch noch mal eine weile dauern kann ich eigentlich actually war mal kurz muss ich mal kurz hier damit man während dieses ganze gewahrt ob man auch meine hackfrisse sehen kann wobei da wäre die die frage dafür ist ja gerade nur so wirklich platz ja bei workspace 3 was ist da das gar nichts okay das ist interessant dann können wir hier nehme ich mal kurz video 5 nehmen soll ich wieder was und wir können jetzt hier aber auch zusätzlich noch szene video 3 nehmen oder über eins wie dem einfach beides so erst mit nummer eins das sieht ja super abgefuckt aus so packen wir nach da oben da steht am wenigsten fertig oh gut meine guter einkauf hat auch gemacht so dann brauchen wir noch hinzufügen szene 3 let's go it's a me mario so sehr klein ungefähr so ach ja der war der kinder element schade eigentlich irgendwie so ein bisschen ist nett wie ist er aber wirklich an den kanten ausrichten kann man nicht wirklich egal so dann soll es das damit erstmal gewesen sein für die folge und dann gucken wir in die nächste folge auf das ganze kopiert bekommen das wird ja doch ein bisschen mehr abteuer als ich dachte ja bis dann so 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 dann